so heute eine neue woche starten wochenstart herzlich willkommen zurück zu let's play grid und wir machen heute weiter mit face off part two das was wir am donnerstag gefahren haben auf der neuen strecke chris and valley ist die nächste strecke und dann haben wir noch ein rennen morgen und dann sind wir durch mit der kompletten tour dann kann man nämlich am montag mal wir haben eine starke teilnehmerliste für die hauptveranstaltung christen kannst du uns vorher noch etwas zur strecke verraten das ist nicht endlich wieder fahren eins kann ich dir sagen es ist unglaublich befriedigend sich hier seitlich in die kurven zu schmeißen und bis zum ende durchzutriften sowas sehen wir hier bestimmt auch gleich danke christen das wird also gleich ein großartiges event hier auf dem christen valley raceway dann let's go schön dass ich mich alle du hast dieses auto ja ich wollte hier einfach wirklich schossen und so bin halt gar nichts ich bin schwarze ich kann auch nicht so für die bremse versuche ich schießen dass die autos fliegen gehen ich will nur nach vorne und ich habe das heute fällt jetzt wahrscheinlich schon verärgert drei runden haben wir uns zeit momentan noch p5 so der nächste ja da soll ich mich in ruhe lassen ich bin ein bisschen nachfragen ich bin ein bisschen neugierig 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 So, letzte Runde. So, und dann haben wir den Teil auch gewonnen. Jawoll. Ja, wie gesagt, es sind halt im Moment extra kurze Folgen. Ich hoffe, das war das, sobald wir dann hier durch sind, auch wieder ein bisschen längere Folgen haben, von so 20 Minuten, weil momentan nervt es halt, aber es ist halt nicht anders machbar, liebe Leute. Ich versuche immer so ein Event komplett pro Folge zu machen. Und dann sind wir halt mal so sechs, sieben Minuten. 71 sind wir mittlerweile schon. Und dann geht es am morgenden Dienstag weiter mit dem Showdown. Bis dahin. Tschüss.